Und die nächste Geschwindigkeitsmeldung zur NVIDIAs neuer Grafikkartengeneration. Dieses Mal soll Ampere gar 75% schneller sein. Ob das stimmt, das gucken wir uns gleich mal genauer an. Hallo und willkommen zu einem weiteren News-Video. Und das ist heute schon wieder brechend voll mit News der letzten Tage zum Bereich Mainboards, Prozessoren und natürlich Grafikkarten. Also das volle Programm eigentlich. Und da es halt gesammelte News der letzten Tage sind, teils natürlich nicht top aktuell. Das bitte ich natürlich zu entschuldigen. Aber ab und an haben die Konsolen-News bei mir halt Vorrang. Ey, keine Threadripper schmeißen, das kann tödlich enden. Und los geht's mit dem sagenumwobenen B550-Chipsatz für AM4-Prozessoren. Den X570 gibt es ja schon seit Release der Ryzen 3000er. Und man kann es kaum glauben, das ist schon über ein halbes Jahr her. Der X570-Chipsatz hat leider ein Problem. Der ist nämlich sehr teuer. Denn er wurde ausnahmsweise nicht von AS Media produziert, sondern ist nichts anderes als dieser modifizierte IO-Chip, der auf jeden Ryzen 3000er zu finden ist. Der ist groß, wird sehr heiß und ist daher sehr teuer und muss noch dazu aktiv gekühlt werden. Und dieser Lüfter kann dann je nach Mainboard ganz schön nerven. Beim B550 soll das aber anders werden, denn dieser wird wohl wieder von AS Media gefertigt. Fraglich war bisher nur, wann er denn jetzt erscheint. Jetzt vor kurzem schätze ich ja, dass dieser fast zeitgleich mit den ersten 600er Mainboards erscheinen könnte. Nun ist aber Licht am Ende der Heap-Pipe zu sehen, denn Gigabyte hat nun diverse Mainboards bei der EEC registrieren lassen. Und das Gute bei der EEC, die für uns eigentlich ja unwichtig ist, ist, dass die Einträge immer direkt öffentlich einsehbar sind. Natürlich heißt das jetzt nicht automatisch, dass die Mainboards ab nächster Woche zu haben sind, aber ich denke mal, dass wir nicht bis Mitte des Jahres warten müssen. Folgende Boards wurden gelistet und könnten demnächst dann auch PC-Express 4.0 in den bezahlbaren Rahmen bringen. Denn uns allen ist wohl klar, dass X570 Boards weiterhin viel zu teuer sind. Ob das mit PC-Express 4.0 jetzt aber auch so sein wird, ist aktuell noch völlig unklar. Einige Quellen tun so, als wäre PC-Express 4.0 bei B550 selbstverständlich. Andere schreiben, dass PC-Express 4.0 X570 exklusiv bleiben wird. Und das ist übrigens auch meine letzte Info und würde ein B550-Chipsatz ja eigentlich fast überflüssig machen. Daher kann ich euch aktuell nur eins sagen, ich weiß es nicht. Nebenbei hat Gigabyte übrigens auch noch sein Portfolio an Z490 Mainboards für die neuen Intel Comet Legs gelistet, das auch sehr umfangreich ausfällt und eine neue Vision-Serie mitbringt, die allerdings eher nicht für einen Gaming-PC gedacht sein wird. Das war's mit Mainboards, nun wird's aber Zeit für den heutigen Videosponsor. Und ihr habt richtig geraten, es ist... Nämlich SCD-Keys natürlich. Der Key-Store der Wahl, wenn es darum geht, günstige Keys für PC- und Konsolengames, aber auch Gamecarts und natürlich auch Software zu bekommen. Besonders zu erwähnen sind hier natürlich immer die Microsoft-Software-Pakete, wie MS Office oder auch Windows 10 zu unschlagbaren Preisen. Oder wie wäre es mit meinem aktuellen Spieletipp Red Dead Redemption 2 für den PC? Der Spieleknaller des Jahres 2019 für schlanke 41,27 Euro. Links zu allen genannten Produkten findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Vergesst nicht, meine Bonus-Codes zu benutzen und noch ein paar Prozent zu sparen. MG 3% für einen 3%igen Rabatt bei allen Spielen und Escamone 10% für 10% Rabatt bei Software. Viel Spaß also mit SCD-Keys. Und weiter geht's. Und wo wir gerade dabei sind, komme ich auch nochmal kurz auf Ryzen 3000 CPUs zu sprechen. Denn hier geht es aktuell nur bergab. Nein, nein, nicht wie ein Spreadmap bei einem freien Fall, sondern positiv. Die Preise sinken und sinken und sinken und das nicht gerade wenig. Teilweise aber unverständlich, denn selbst der Ryzen 5 3600, der ja klar der meistverkaufte Ryzen 3000er ist, ist mittlerweile für knapp 177 Euro beim Mindfactory zu haben. Vor kurzem habe ich erst ein Video zur aktuellen Preislage gebracht und ja, schon ist es wieder veraltet. Denn da kostete er noch über 190 Euro. Natürlich habe ich alle hier genannten CPUs hier unter dem Video verlinkt. So müsst ihr nicht mehr lange suchen, wenn ihr zuschlagen wollt. Der 3600X ist damit ja fast völlig unbedeutend. Ein Preis von 209 Euro ist nämlich einfach viel, viel zu hoch. Auch der 3700X ist nochmal um ein paar Euro gesungen, mittlerweile nur noch knapp 313 Euro. Hier ein ähnliches Spiel beim 3800X, der mit 357 Euro nun völlig unbedeutend und definitiv keine Kaufempfehlung ist. Er ist nämlich kaum schneller. Bei den Ryzen 9ern ist es nicht ganz so krass. Der Ryzen 9 3900X mit 12 Kernen ist aber immer nochmal um knapp 10 Euro gesungen und kostet jetzt aktuell 488 Euro. Deutlich unter der UVP von 529 Euro. Und der hier, das Topmodell mit 16 Kernen, nicht zu verwechseln mit Heidi Klumms Topmodellen, mit teilweise nicht mal einem Kern. Ja, der hier macht zwar jetzt keine großen Sprünge nach unten, das ist bei den aktuell sehr günstigen Preisen jetzt aber auch nicht wirklich zu erwarten gewesen. Aber immerhin wieder ein bisschen günstiger mit jetzt 766,80 Euro. Wenn ich mir denke, dass ich fast 900 Euro dafür bezahlt habe, aber wer konnte denn ahnen, dass AMD diesen tatsächlich so schnell in großen Stückzahlen liefern kann? Ich jedenfalls nicht. Daher Entschuldigung an AMD für meine Zweifel. Jawohl, ich hatte Unrecht und ich stehe dazu. Nun wird es aber Zeit für die Konkurrenz, nämlich dem blauen Riesen Intel, der es aktuell sichtlich schwer gegen AMD hat. Denn 8 Kerne sind im Mainstream-Bereich derzeit das höchste der Kerngefühle bei Intel. Das soll sich aber mit Comet Lake, also der 10. Generation nun ändern, zwar weiterhin nur in 14 Nanometer gefertigt, aber er soll trotzdem ein bisschen schneller werden. Aktuell werden ja von allen Seiten, inklusive mir, so maximal 10% vermutet. Da die 10900K war gleich 10 Kerne mit in den Sockel packt, holt dieser zumindest etwas zur AMD auf. Was ich auch nie bestritten habe, natürlich wird Intel auch mit Comet Lake die Krone der besten Gaming-CPUs behalten. Das steht glaube ich wohl außer Frage, da sind wir uns denke ich alle einig. Auch wenn das natürlich ja unwichtig ist, da fast jeder von uns im GPU-Limit zockt. Trotzdem kommt AMD auch mit Ryzen 3000 hier nicht ganz mit. Nun sind gar erste Benchmarks eines Intel Core i9 10900K aufgetaucht. Diese postete mal wieder Rogue Game, den ich ja übrigens schon im letzten PC-News-Video nannte. Das Ganze gar im Vergleich mit dem Ryzen 9 3900X, der wohl im ähnlichen Preisbereich wildert. Denn es ist eher nicht zu erwarten, dass Intel den Core i9 10900K deutlich über 500 Euro anbieten wird. Und die Ergebnisse sprechen durchaus für das Intel-Silizium. Aber ich bin ehrlich, jetzt mal die Ergebnisse ganz außen vor. Ich bin froh, dass es nun überhaupt wieder Benchmarks zu Comet Lake gibt. Denn das heißt ja nichts anderes, als dass es bis zum Release gar nicht mehr so lange dauern kann. Und zum Einsatz kam der 3D-Mark, der ja auch CPU-Tests beinhaltet. Der erste Test ist der CPU-Part des Time Spy Extreme. Hier muss sich der 10900K allerdings dem 3900X ganz klar geschlagen geben. Dieser haut nämlich 6570 Punkte ins Mainboard, wobei der Intel mit 6124 Punkten deutlich hinterherhängt. Und zwar mehr als ein oder zwei Pinlängen. Der Abstand ist klar und deutlich. Hier kann der sehr hohe Takt des Intels die zwei Kerne weniger als noch nicht kompensieren. Allerdings nur hier. Denn im nächsten Test wendet sich das Silizium. Hier ist der etwas ältere Test Firestrike angesagt, der den 10900K plötzlich in ein ganz anderes EGB-Licht stellt. Der CPU-Score gibt 13.142 Punkte an, während der 3100X hier nur 12.624 Punkte bringt. Ähnlich sieht es im Physics-Score aus. 28.462 Punkte für den blauen und 27.137 Punkte für den roten Prozessor. Das sind immerhin über 4% Vorsprung für Intel. Trotz zwei Kerne weniger. Und hier macht der hohe Takt wohl genau das, was er soll. Zum einen natürlich eine ganze Menge Strom vernichten. Und ja, bevor die ganzen Physikstudenten hier wieder die Kommentarsektion vollspammen. Strom wird natürlich nicht verbraucht, sondern immer nur umgewandelt. Umgangssprachlich wird er aber halt verbraucht, beziehungsweise sogar vernichtet. Und zum anderen bringt der Takt halt jetzt so viel Leistung, dass es für den 3900X reicht. Apropos Strom, das ist wohl der Umstand, der dem 10900K den Pin brechen wird. Denn etwas mehr Leistung zum Preis eines Stromverbrauchs, der laut aktueller Gerüchtelage jenseits von Gut und Böse liegt, das lohnt sich natürlich nicht. Der Ryzen 9 3100X hat eine TDP von 105 Watt und darf sich so knapp unter 150 Watt genehmigen. Beim 10900K spricht man teils vom Doppelten. Aber selbst wenn es nur 200 Watt sind, steht das natürlich in keinem Verhältnis. Trotzdem sieht es so aus, dass Intel mit Comet Lake zumindest mit Ryzen 3000 mithalten können wird. Und das trotz veralteten Herstellungsverfahren. Wie ich schon sagte, was Intel in 7 Nanometer anstellen wird oder würde, das möchte ich mir überhaupt nicht ausmalen. Denn dann würde Intel mit Ryzen 3000 sicherlich die Werbeleitpaste aufwischen. Abwarten, wie es am Ende aussehen wird, lange kann es auf jeden Fall nicht mehr dauern. Apropos aufwischen, das hat AMD ja übrigens bald auch mit Nvidia vor. Denn die Zeit auf dem Thron der High-End Grafikkarten soll laut AMD bei Nvidia ja bald vorbei sein. Denn ja, bei AMD kommen wieder großspurige Sprüche zum Vorschein, die unter Umständen nach hinten losgehen können. Denn wenn AMD große Klappe hat, dann sollte AMD auf jeden Fall auch liefern. Ja, denn sonst gibt es wieder so ein Desaster wie bei AMDs Vega. Und es geht natürlich um Big Navi, ARCA, RX 5900 oder 6900. Und er soll nicht nur doppelt so groß sein wie der Chip auf dieser wunderbaren Karte hier, also der RX 5700 XT, sondern soll sogar doppelt so viele Compute-Units und damit auch Shader bereitstellen. Wohlgemerkt, soll. Das sind nämlich alles Werte der Gerüchteküche. Was sicher kein Gerücht ist, ist, dass dieser dann noch Raytracing in Hardware berechnen können wird. Aber laut Tantosu soll es ihn definitiv geben. Und wie es aussieht, könnte er sogar schneller kommen als gedacht. Denn vor kurzem erst wurde bei der südkoreanischen RRA eine neue Grafikkarte gelistet. Und es wäre schon ungewöhnlich, wenn das jetzt nicht Big Navi wäre oder zumindest eine Karte wäre, die stärker ist als die zurzeit stärkste Navi-Grafikkarte, nämlich die, die RX 5700 XT. Denn mit der RX 5500 und 5600 ist das Portfolio nach unten hin wohl erstmal abgerundet worden. Es wird Zeit für einen richtigen Kraftprotz von AMD. Und da AMD in den letzten Tagen vermehrt über Big Navi sprach, passt das doch zeitlich eigentlich wunderbar. Ja und was heißt das jetzt? Na, dass es bis zum Big Navi gar nicht mehr so lange dauern könnte. Einige sprechen gar von einem Release im März 2020. Was ich übrigens dann doch stark bezweifle. Ich tippe hier ja auf ein Release oder gar eine Vorstellung im April 2020. Aber jetzt nicht falsch verstehen. Ich meine damit die Karte, die hier jetzt gelistet wurde. Denn ob das hier Big Navi ist, das darf natürlich durchaus angezweifelt werden. Ach ja und bevor noch einige Fragen, die sich jetzt nicht so ganz mit der Materie auskennen. ATI, also ATI, heißt die Grafikkartenbrunzelbude, die AMD so vor einigen Jahren aufkaufte, um ins Grafikkartengeschäft einzusteigen. Und wie man hier sieht, ist der Name ATI bis heute noch nicht ganz verschwunden. Und hier einmal eine Grafikkarte von ATI. Und noch was, viele Seiten sprechen ja weiter von einer RX 5000er Big Navi. Sorry Leute, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass AMD eine neue, eine brandneue Architektur mit der Bezeichnung der letzten Grafikkartenreihe auf den Markt bringen wird. Nein, Big Navi wird nicht mehr mit der Bezeichnung RX 5000er daherkommen. Da verwette ich meine GTX 1070 Ti drauf. Naja, wenn es jemand verdient hat, für meinen Unrecht zu büßen, dann doch wohl du. Und nein, heute fliegt sie nicht. Tja, und was macht Nvidia, wenn Big Navi so stark wird wie vermutet und mit der RTX 2080 Ti mal eben einen kurzen Prozess macht? Naja, ganz gemütlich zurücklehnen und die neue RTX 3000er Generation veröffentlichen und AMD eine lange Nase machen. Auch da bin ich sicher, dass das so geschehen wird. Ich bleibe dabei, ja die RTX 2080 Ti könnte vom Big Navi durchaus auch deutlich geschlagen werden. Aber gegen eine neue RTX 3000er Generation von Nvidia sieht Big Navi sicherlich keine Chance. Aber das, was hier aktuell an Gerüchten zur Leistungsfähigkeit der RTX 3000er Karten rumspukt, das halte ich dann noch alles für stark, stark übertrieben. Die 50% von vor einigen Wochen, die fand ich ja schon sehr, sehr unglaubwürdig. Ja und was kommt jetzt? Das ganze Netz quillte Anfang der Woche über mit der Meldung, dass Nvidia's Ampere, so heißt die neue Architektur von Nvidia stolze, 75% schneller sein soll als der Vorgänger. Leute, 75% das sind Werte, die es um die Jahrtausendwende hier mit solchen Grafikkarten noch gab. Aber 2020 doch nicht. Und die Quelle The Next Platform im Interview mit Brad Wheeler. Seines Zeichens Vizepräsident der IT der Universität von Indiana in den USA. Und was hat er mit unseren geliebten Gaming Grafikkarten jetzt zu tun? Naja, nicht so wirklich viel, aber dort wird aktuell der Supercomputer Big Red 200 gebaut, der damit Nvidia Grafikkarten der neuesten Generation ausgestattet werden soll. Also demnach wohl Grafikkarten mit Ampere Chips. Ursprünglich waren hier übrigens Nvidia Tesla V100 Karten mit der Volta Architektur vorgesehen. Das Ganze wurde aber zugunsten von Ampere dann offensichtlich gestrichen. Der interessanteste Part in dem Artikel, den ich euch natürlich hier unter dem Video mal verlinkt habe, ist aber der hier. Und das Ganze wird im Artikel übrigens sogar noch in Klammern gestellt. Es wird also erwartet, dass Ampere eine um 70 bis 75% höhere Leistung als die aktuelle Generation liefert. Und ganz ehrlich ist es hier fast völlig egal, ob mit der aktuellen Generation nun Volta oder Ampere gemeint ist. Wobei man hier, glaube ich, eher vom Volta ausgehen kann. Eine Architektur, die uns Gamern übrigens komplett vorenthalten wurde. Sorry, aber solche Zahlen sind in meinen Augen sehr, sehr unglaubwürdig und einfach viel zu hoch gegriffen in der heutigen Zeit. Die 50% waren schon mehr als das Erwartete. Daher muss ich leider auch zu dieser News sagen, ich halte diese Aussage für stark übertrieben. Aber natürlich jetzt nicht völlig unmöglich. Immerhin wird Nvidia mit Ampere wohl wieder eine völlig neue Architektur mitbringen. Je nach Ingenieurskunst kann hier also durchaus so einiges möglich sein. Noch dazu sind das Nvidia das erste 7-Nanometer-Chips, die noch dazu im brandneuen 7-Nanometer-EUV-Verfahren produziert werden. Das übrigens viele, viele Jahre bis zur heutigen Marktreife benötigte und nochmals deutlich besser sein soll als das bisherige 7-Nanometer-Verfahren, das TSMC ja zum Beispiel für 1Ds Navi-Chips hier nutzt. Ja klar, hier hat Nvidia viel, viel Potenzial, schon allein aufgrund des deutlich besseren Fertigungsverfahrens. Man muss ja durchaus bedenken, dass Nvidia trotz der Fertigungsnachteile immer noch etwas effizienter und deutlich schneller als 1D unterwegs ist. Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, aber Leute, ganz im Ernst, 75% niemals. Hallo und willkommen zum heutigen Kommentar des Tages. Und heute gibt es mal einen Kommentar in eigener Sache, denn es geht um das Thema Adblocker. Ein Thema, das vielen YouTubern ein Pin im Auge ist. War natürlich auch eine Sache, die man hier und da natürlich auch nachvollziehen kann, das gebe ich ja zu. Aber einige wissen offenbar gar nicht, was der Adblocker eigentlich anrichtet. Hallo Monty, nachdem ich das Video von Welle, was verdient ein YouTuber, gesehen hatte, hat das Ganze mir etwas die Augen geöffnet bezüglich dem Adblocker. Wenn ich das richtig verstehe, verdient ein YouTuber an Zuschauern mit Adblocker keinen Cent fürs Zuschauen. Ich dachte, anschauen und liken reicht. Aber wenn ich den Aufwand, die Zeit und auch das Geld rechne, was man investiert, um gerade solche Videos zu produzieren, lasse ich ab sofort bei meinen Lieblings-Youtubern den Adblocker aus oder schaue ganz einfach übers Tablet. Man muss ja auch mal bedenken, die Anschaffung, Kamera, Programm und so weiter, die man erstmal braucht, um sowas auf die Beine zu stellen. Ich schaue deine Videos sehr gerne, informativ und man bleibt immer auf dem neuesten Stand, was die Technik betrifft. Ich hoffe, ich kann dem einen oder anderen hiermit auch etwas zum Nachdenken bringen, um eventuell seine Lieblings-Youtuber doch dann wirklich voll zu unterstützen. Mit freundlichen Grüßen, Commander. PS, die Werbung ist etwas blöd, aber in den meisten Fällen kann man die ja nach 5 Sekunden skippen. Danke Commander, es ist schön auch mal solche Kommentare zu lesen. Außer, diese scheiß viel Werbung, mein Adblocker bleibt an. Rein theoretisch müsste man Zuschauer mit Adblocker ja eigentlich auch komplett zurückblocken, denn sie bekommen ja gratis sehr aufwendige Videos präsentiert. Aber alle wollen halt immer alles gratis und das funktioniert bei so einem Aufwand, den ich mit meinem Kanal betreibe hier nun mal nicht. Der Aufwand ist wirklich riesengroß und so ein News-Video wie das hier, das verstinkt mittlerweile einen ganzen Arbeitstag. Und ja, ich verdiene mittlerweile meine Cookies hier mit YouTube. Ohne die YouTube-Einnahmen würde mein Kanal und auch ganz, ganz viele andere sicherlich ganz anders aussehen. Ja, und es ist durchaus auch gut möglich, dass ich dann überhaupt keinen YouTube mehr machen würde. Denn ja, die Einnahmen sind mittlerweile immens wichtig geworden. Aber ja, ich verstehe natürlich auch euch, gerade Webseiten, die ihre Seiten so mit Werbung vollballern, dass man den eigentlichen Inhalt überhaupt nicht mehr wiederfindet. Ja, die sind wirklich grausam. Dann bleibt einem ja oft fast nichts mehr anderes übrig. Aber an dieser Stelle nochmal mein Appell. Zumindest eure Lieblings-YouTuber, da solltet ihr doch den Adblocker ausmachen. Besser ohne Adblocker und die Werbung dann skippen, als komplett zu blocken. Denn ja, es stimmt, mit Adblocker bekommen wir YouTuber nicht einen einzigen Cent. Und da ist es dann halt normal, dass man halt gesponserte Videos bringt, die halt nicht geskippt werden können, so wie in diesem Video hier. Ohne Adblocker wäre das natürlich gar nicht nötig. Also, habt ihr es natürlich in der Hand. Vielen Dank auf jeden Fall für eure Unterstützung. Und alle, die meine Videos sowieso ohne Adblocker gucken, die fühlen sich jetzt natürlich hoffentlich nicht angesprochen. Nun aber zu einem deutlich lustigeren Thema. Denn im letzten PC-News-Video gab es ja einen interessanten Kommentar des Tages. Der Verfasser, der findet mich ja peinlich und unlustig und guckt meinen Kanal trotzdem gerne. Und das hat mich so ein bisschen verwirrt. Und zwar so verwirrt, dass ich mal eine entsprechende Umfrage startete, die ein Glück eher positiv für mich ausging. Ich fragte euch, guckst du diesen Kanal, obwohl du ihn nicht magst? 89% gucken ihn und mögen ihn auch. Und da muss ich jetzt eigentlich auch überhaupt nicht weitergucken. Der lange Beiden, der reicht mir nämlich vollkommen aus. Alles andere kann ich ehrlich gesagt auch gar nicht verstehen. Denn warum sollte man denn einen YouTube-Kanal gucken, den man gar nicht mag? Bei dem mir der Protagonist tierisch auf die Nüsse geht. Ich guck doch auch kein Babys Beauty Palace, obwohl mir vielleicht der ein oder andere Schminktipp gut helfen könnte. 5% sehen das aber anders, finden mich blöd, aber die Info ist halt gut. Wobei mir viele Fans schon in die Kommentare geschrieben haben, dass sie bei der Option, blöder Typ, gar nicht anders konnten, als einfach drauf zu klicken. 3% haben aber andere Gründe, welche auch immer das jetzt sein mögen. Mir erschließt sich das halt nicht. 1% finden gar nicht ganz Videos blöde, können aber immerhin gute Infos rausziehen. Und lediglich 5 von 1342 Teilnehmern waren nur einmal auf meinem Kanal. Na ja, schade, aber 5 Leute, na ja, damit kann ich durchaus leben. Wobei ich das komische Gefühl habe, dass sie doch nicht das letzte Mal auf meinem Kanal waren. Denn mir ist sehr wohl bewusst, dass man bei den Themen, die ich so bespreche, teils gar nicht um das Montier rumkommt. Jawohl, YouTube zeigt meine Videos doch relativ häufig an. Und das ist auch gut so. Und was noch gut ist, ist, dass ihr nun meine Videos fleißig liked. Und alle, die übrigens den Abo-Button noch nicht geklickt haben, schämt euch. Er sehnt sich so nach Zuneigung und ihr seid so kaltherzig. Das ist echt traurig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.